und damit herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch mal meinen neuen usb stick vorstellen und zwar geht es um den samsung in der barfunktion oder in der bar ausführung so nennt sich das halt mit insgesamt 32 gb man kann es gerade ein bisschen schlecht erkennen weil wieder mal mein licht wieder mal perfekt ist ist natürlich usb 3.0 stick das sieht man auch meistens an dieser blauen farbe zeige ich aber gleich noch wenn er ausgepackt ist samsung wirbt hier mit 32 mb pro sekunde mit 23 was erzähle ich denn hier mit 130 mb pro sekunde da schauen wir nachher natürlich mal ob das auch stimmt dafür habe ich dann ein test tool runtergeladen wir kopieren nachher mal ein bisschen was drauf und das ja also stoß resistent also schon mal nein wir haben ja unten noch ein bisschen mehr drauf stehen und zwar also angeblich auch wasserfest stoß resistent gegen magnetische strahlung oder gegen magnetisch ist er auch nicht angeblich temperatur hält er angeblich auch auf und x-ray resistent nun ja also vor allem das letzte ist vor allen dingen zu hause extremst wichtig denn meine röntgen strahlen hier in der wohnung das ist übel okay alles gelaber als ich denke eher das und das ist eher werbung natürlich hält das teil natur aus wenn ich das teil jetzt allerdings bei 500 grad in ofen lege welcher ofen auch immer 500 grad schafft dann ist es vermutlich eh hinfällig denn hier steht nirgendwo drauf von bis daher weiß ich natürlich nicht wie weit überhaupt die temperatur resistent hier gezählt wird magnetisch ja na gut wenn ich metallgehäuse mache was es übrigens ist aber einfach kein eisen einsetze sondern zum beispiel aluminium ja okay dann ist es logischerweise nicht magnetisch gucken wir aber gleich noch alles an herunterschmeißen dürfen auch hups wäre also auch kein problem machen wir auch gleich noch mal ohne und wasserfest ich habe auf der gesamten verpackung und auch auf der samsung webseite oder irgendwo anders versucht herauszufinden was sie damit meinen ob die damit spritzwasser geschützt meinen oder wirklich wasserfest oder ja was auch immer also mit spritzwasser geschützt bedeutet ja wirklich keine ahnung geht mal durch den regen und da kommt ein tropfen hier in der mitte drauf und das hält er aus ja gut das hält aber auch jeder andere stick aus auf dieser welt noch dazu ich habe sehr viele usb sticks die schon einmal mit durch die waschmaschine genommen habe aus versehen natürlich und die haben alle noch danach funktioniert jetzt ist halt sehr fraglich ob das überhaupt ein besonderes feature dieses usb sticks ist aber ja lassen wir da hat alles mal testen hinten drauf das ganze berühmte kleingedruckte darauf steht eigentlich nur noch mal dass das ganze unterschiedlich groß sein kann hallo kamera wir müssen das ja auch lesen können ja okay ich lese es euch einfach vor geht glaube ich ein bisschen einfacher beziehungsweise steht hier einfach nur drauf dass der dass die größe des usb sticks leicht variieren kann weil ein bisschen was für die formatierung beziehungsweise für die speicherplatz genötigt wird und so weiter und so fort dass auch die geschwindigkeit variieren kann dass das hier drauf nur eine circa angabe ist und so weiter also nur die ganze absicherungskram da sehen wir schon so ein schönes schern symbol also schneiden wir den noch mal genau an dieser stelle auf da bin ich mal gespannt ob man den denn dann auch hier raus bekommt oder ob denn das wieder nur so ja wir haben mal eine schere drauf gedruckt aber wir können immerhin die verpackung öffnen da können sich die mit konkurrenten dieser usb sticks meine scheibe abschneiden denn es gibt sehr viele usb stick hersteller die drucken eine schere drauf aber ja da ist keine schere drin nein da kann man sich rausnehmen von der größe her erst mal wirklich niedlich das teil das erstmal verpackung leg macht man zur seite auch das macht man weg so schere brauche auch mal vorläufig nicht mehr hier haben wir jetzt noch so eine schutzfolie außenrum moment die geht aber wirklich schwer raus so plastik verpackung und weg damit so jetzt haben wir hier wirklich unseren klein usb stick da ist wirklich unscharf nein so ja da ist halt wirklich metallgehäuse man sieht jeder kleine fingerabdruck ist drauf man erkennt man es nicht richtig nicht auch hinten drauf erkennt man schön wurden gerade angefasst habe also ist metallgehäuse ja stoß resistent scheint so also der schön laut man hört auf jeden fall wenn er runter fällt ja logisch dass der jetzt resistent ist ja man kann halt auch ein bisschen quatsch drauf drucken weil ganz ehrlich hier drin sind überhaupt keine beweglichen teile ich kann auch meinen karten leser den ich hier zum beispiel habe auch den kann ich runterfallen lassen der hier kostet den bruchteil davon der als von lexar zum beispiel auch usb 3.0 deswegen ist der jetzt aber nicht irgendwie was besonderes da ist einfach nichts bewegliches drin was soll hier drin auch passieren das sind einfach nur bauteile die eingelötet sind das heißt ich kann den auch locker aus dem zehnten stock runterschmeißen es wird eher fraglich ob ich den dann da unten wieder finde ansonsten von der größe her ihr seht ja kleiner finger also ist wirklich klein und niedlich wie gesagt komplett aus metall kann man sich hier mit einem schlüsselring zum beispiel am schlüsselbund machen oder was auch immer ja alles wunderbar magnetisch resistent ja kommen wir doch einfach mal schauen ich habe hier einen magneten von einem ehemaligen lautsprecher also das war mein lautsprecher das unten drunter einfach nur wie gesagt der magnet davon entschuldigung und jetzt schauen wir einfach mal ja wer hätte es gedacht aluminium ist halt leider einfach nicht magnetisch dass der lautsprecher natürlich magnetisch ist kann ich euch gerne mal zeigen also der ist also das ehemalige lautsprecher magnet der ist magnetisch aber das wird einfach kein eisen sein ich weiß nicht ob es alu ist ich gehe mal davon aus aber wie gesagt ist halt einfach nicht magnetisch also ja gut ob das jetzt ein vorteil ist oder eher irgendwie was weiß ich aufgrund der herstellung gar nicht anders vermeiden dies weiß zum beispiel aluminium ist ist jetzt sehr fraglich also ich finde das halt immer noch ein bisschen muss man alles ein bisschen vorsichtig angehen denn man kann natürlich hier auch viel scheiße drauf schreiben ich kann den ja auch drauf schreiben ist auch keine ahnung sicher gegen kann man auch nachts verwenden zum beispiel kann ich jetzt extra feature aufschreiben ich bin mir sicher das funktioniert mit dem stick auch ohne dass es drauf steht ja und jetzt wasserfest nun ganz einfach hier drauf steht wasserfest für alle diejenigen die das erkennen können weil man nicht wieder mal so perfekt ist da gleich das erste symbol wasserfest da steht und jetzt ganz einfach da haben ein glas jetzt wisst ihr auch gleich mal woher mein logo von youtube beispielsweise kommt das habe ich mir irgendwann mal hier graviert mit einem einfachen drehen halt also mit einem box so ein feinschleifbohrer oder wie sich das ding nennt da man glas da haben wir wasser drin also auch nichts besonderes und jetzt schauen wir doch einfach mal jetzt sieht das natürlich jetzt von oben in einem perfekten winkel blub 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 jetzt füllen wir einfach mal wasser ein nichts hochwertiges so glas ist halb voll ich kann das natürlich jetzt ein bisschen schlecht zeigen aber glas ist ja da ist was drin auf jeden fall war so fest klopp schauen wir mal also usb stick ist auf jeden fall drin wir können ja gerne mal umrühren vielleicht ist er ja auch umrührfest so also umrührfest ist er also nicht explodiert wir könnten das jetzt als extra feature noch drauf drucken umrührfest geht ich weiß aber warum hier dieses tolle teil dran ist so jetzt ist er natürlich ein bisschen nass wer hätte es gedacht stoßfest und wasserfest mensch könnte man beides auf eins drucken und unscharf fest falls die kamera von euch mal unscharf ist der usb-stick bleibt trotzdem usb-stick ja wo stelle ich jetzt das glas hin ganz clever gemacht ricardo so stellen wir es mal da hoch ich denke mal stark dass man den jetzt nicht tropfend in den usb-anschluss reinstecken kann das liegt aber nicht am usb-stick sondern natürlich am anschluss aus dem grund nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen küchenpapier wir wollen es ja mal nicht klar übertreiben und machen den wenigstens hier ein bisschen trocken so gehen wir davon aus das war jetzt eine waschmaschine also umrührfest ist auch schon mal so und jetzt stecken wir den einfach mal an und schauen mal am computer wie schnell der eigentlich ist und ob er denn überhaupt noch funktioniert oder ob das wasserfest einfach nur drauf klebt weil da noch ein bisschen platz auf der verpackung gewesen ist und dann sehen wir es ja also bis gleich am pc so am pc angekommen stecken wir jetzt einfach mal den usb-stick rein gucken wir noch dass der hier nicht wirklich noch nass sein sollte ich muss mal ganz kurz hier schauen ne passt aber ich denke so passt das wirklich stecken wir das ganze teil jetzt einfach mal rein moment wo haben wir denn hier den usb-anschluss so muss natürlich auch usb 3.0 sein sonst würden wir natürlich hier falsche messergebnisse bekommen so ok stick steckt auf dem pc passiert zumindest bis jetzt erst mal nichts ist erstmal nur semi optimal nicht dass er jetzt schon kaputt ist aber nein das scheint nicht kaputt zu sein es hat nur einfach kein autostop bei mir geöffnet warum auch immer könnte auch ein einstellungsproblem von meinem pc sein aber samsung usb stick 32 gigabyte wir schauen noch mal ja scheint auf jeden fall erst mal erkannt worden sein wir gehen mal rauf ja ist halt jetzt in leerer usb stick ist ja logisch dass keine daten dabei damit wir wissen wie schnell der stick überhaupt ist und ob die angaben auf der verpackung überhaupt stimmen gibt es so schöne programme wie zum beispiel hier crystal disk mark ich habe mir das gerade mal runtergeladen ist für jeden gratis einfach runterzuladen ist ein einfaches programm kann man installieren gibt es auch portable ich sehe das selber auf der webseite ich erkläre erst mal kurz was hier überhaupt zu sehen ist und zwar haben wir hier die anzahl der durchläufe die wir insgesamt haben können wir ja hier mal auf zwei stellen vielleicht damit wir jetzt hier nicht gar so lange warten müssen dann die dateimengel die geschrieben werden soll da ist eigentlich ein gebibyte ganz praktisch ich sage mit absicht gebibyte weil das ist nicht gigabyte sondern gebibyte also 1000 bytes nicht 1024 das ist wichtig dass man das mal mit gehört hat deswegen auch dieses i und dann wird man natürlich das laufwerk aus natürlich nützt uns das jetzt hier nicht sondern wir müssen das jetzt in meinem fall sogar noch mal neu starten und dann haben wir hier nämlich auch unseren leeren 30 gebibyte großen usb stick so und das haben wir schon gesagt warum gebibyte und gibi gigabyte meine ich auch das komme ich selber schon ganz durcheinander eben mit der umrechnungszahl 1024 wäre giga und gibi wäre 1000 die umrechnungszahl so dann haben wir hier sequentielles lesen sequentielles lesen bedeutet irgendeine datei wird hintereinander weggeschrieben einfach nur von a bis z also wirklich hintereinander weg bis die datei komplett übertragen worden ist dabei kann der usb stick seine volle geschwindigkeit angeben und beziehungsweise nutzen das ist auch das was immer auf den verpackungen steht das sequentielle im wirklichen alltag nützt uns diese geschwindigkeit relativ wenig deswegen gibt es hier noch weitere sachen in dem fall mit vier kilobyte oder kibibyte sind schon fast kilo gesagt also kibibyte große dateimengen dass sie unten sind einfach nur die standard und wie viel übertragen wird und so weiter ich will jetzt nicht alles erklären das gibt es mit vier kibibyte großen blöcken immer und das ist auch realistischer denn man hat ja eigentlich selten ich habe das hier mal vorbereitet man hat selten eine große datei im wert von 250 megabyte sondern man hat ja im normalfall viele kleine dateien so wie hier ich habe mir mit paint einfach mal bilder erstellt die immer wieder kopiert und da komme ich auch auf ungefähr 250 megabyte das ist ja also fast auf 274 bytes bin ich drüber aber fast 250 megabyte und das ist ja eher realistisch das heißt wir können keine datei von anfang bis ende schreiben sondern wir haben immer wieder kleine dateien kleine brocken und deswegen interessieren uns eigentlich dann auch diese zahlen im alltag das hier ist einfach nur was für die produktbeschreibung es sei denn wir wollen wirklich große dateien wie zum beispiel hier dieses archiv übertragen gut lange rede kurzer sinn ich drücke jetzt einfach mal auf start und dann schauen wir mal wie viel denn hier eigentlich richtig rauskommt so zeitraffer mal zu ende das hat jetzt ein stückchen gedauert aber ihr seht schon die werte weichen eben zwischen den sequentiellen und den 4k schreiben doch ganz schön ab im großen und ganzen kann ich jetzt auch erfahrung sagen sind das grundsätzlich erst mal keine schlechten werte das ist erstmal grundsätzlich schnell also samsung selber wirkt beispielsweise mit 130 mb wir haben sogar 150 hier erreicht das hier ist aber wie gesagt nur ein test sage ich jetzt mal den wir jetzt mit irgendeinen ja das sind jetzt erdachte tests das sind einfach nur zahlen die da aufgeschrieben worden sind und so weiter und so fort diese zahlen sehen zwar erstmal alle ganz schön aus findet man auch sehr oft bei irgendwelchen amazon bewertungen unten drunter sind grundsätzlich erst mal nicht schlecht aber uns bringen sie im alltag relativ wenig und jetzt schauen wir doch einfach mal wie lange wir wirklich brauchen wenn wir irgendetwas von a nach b übertragen das programm können wir ja gerne mal auflassen da sehen wir mal die werde noch irgendwo dastehen haben wir eigentlich eine stoppuhr bei teil eine stoppuhr die haben scheinbar auch schon mal genutzt wie kann man den dann zurücksetzen hier wunderbar eine stoppuhr lassen wir das fenster gleich hier unten gut dann haben wir hier eine stoppuhr und dann öffnen wir doch einfach mal unser schönen samsung usb stick und ihr habt ja schon gesehen ich habe hier zweimal 250 megabyte in dem fall ein archiv größe auf datenträger das möchte ich vielleicht in dem seite auch gleich noch mal erklären warum ist jetzt größe auf datenträger hier noch mal extra aufgeführt nun 250 megabytes sind alle dateien zusammengefasst das ist das was diese dateien an größe haben größe auf datenträger bedeutet dass wir hier wirklich das ist diese blöcke von dem ich gerade erzähle diese 4k blöcke die wir hier auch beschrieben haben diese 4k blöcke so ist eben meine festbeide formatiert ihr könnt euch das vorstellen dass euch immer eure festplatte wirklich auf was weiß ich eine milliarde solche kleinen eimer büchsen kisten formatiert wird und eine kiste ist eben genau 4k also 4096 bytes groß wenn ich jetzt eine datei habe die eben nicht 4096 bytes groß ist sondern eben nur 10 bytes zum beispiel dann ist die datei die größe der datei 10 megabyte oder 10 bytes und größe auf datenträger 4096 bytes denn dieser platz den ich da habe der ist ja trotzdem belegt ich kann da nicht noch was anderes reinwerfen und deswegen ist größe auf datenträger im normalfall immer größer oder genauso groß wie die größe der datei ja das ist halt der große unterschied das liegt an dieser formatierung warum man das macht ist denke ich mal auch klar wenn man jetzt ganz große behälter also 4096 oder gehen wir jetzt mal noch höher rein wir machen ein megabyte große bereiche auf der festplatte dann können wir immer ein megabyte große dateien hintereinander wegschreiben wir nutzen also diese sequenzielle schreiben was wir hier oben sehen das nutzen wir aus umso größer wir die sektoren blöcke machen das heißt bei 8000 sektoren oder bei noch höheren bytes pro sektor können wir halt diese sequenzielle ausnutzen weil wir immer ganz schnell hintereinander zum beispiel 8 megabyte schreiben können der nachteil ist natürlich wenn ich nur ein kilo alt brauche verbrauche ich wirklich realistischen speicherplatz von 8 megabyte obwohl ich nur ein kilobyte große dateien habe noch dazu bei festplatten noch kommt noch dazu also bei richtigen hdd ist die mit lesekopf drin und scheiben muss natürlich nach jedem block sage ich jetzt mal nach jeden 4096 kilobyte großen block muss der lesekopf neu ausgerichtet werden das heißt dieses ausrichten dauert am längsten das lesen und schreiben geht bei festplatten relativ schnell aber das aus das ist dieses lenken dieses lesekopf das dauert sehr lange und wenn ich jetzt ganz kleine blöcke habe dann kann ich zwar möglichst viel speichern nutzen angenommen ich mache ein kilobyte große blöcke dann kann ich wirklich bei einem kilobyte große dateien ist nur ein einziger block weg und dann ist auch nur ein kilobyte belegt das ist zwar cool aber ich muss eben nach jedem kilobyte meinen lesekopf neu ausrichten und damit ist das ist die festplatte so furchtbar langsam ich habe zwar verdammt viel speicherplatz aber sie ist eben verdammt langsam und aus dem grund hat man sich so bei 4000 tb hat man sich eigentlich eingerichtet und das ist auch das was hier jetzt im test immer wieder zu sehen ist diese 4000 ganz einfach weil das ein gutes mittel ding zwischen speicherplatz verbrauch und geschwindigkeit ist ihr könnt das ja selber jederzeit bei der formatierung einstellen bevor wir es kopieren zeige ich euch das mal wenn ihr einen usb stick formatieren wollt könnt ihr immer größe der zuordnungseinheit hier ein wir können hier 16 kilobyte zuordnen das wäre halt wirklich wenn wir eine 10 kilobyte große datei verbrauchen verbraucht wir 16 kilobyte drauf und wir können eben höher gehen bis zum beispiel 8000 8192 kilobyte in dem fall das sieht bei der festplatte ein bisschen anders aus ich formatiere jetzt meine festplatte nicht für euch aber angenommen mein raid system zum beispiel sollte das ein bisschen anders können was wollte ich jetzt eigentlich machen ich wollte eigentlich formatierung auswählen formatierung jetzt sollte ich vielleicht nicht unbedingt auf starten drücken und ihr seht schon meine festplatte zum beispiel ist mit 4096 bytes und hier kann ich ganz andere sektoren größen und zuordnungseinheiten auswählen ihr könnt ihr auf 16 runtergehen brauche ich natürlich dann viel mehr rechen lassen weil ich mein raid system jedes mal ausrichten muss also ihr seht schon das könnt ihr jederzeit auswählen 4096 ist eigentlich so die standard größe was man eigentlich immer auswählen kann okay so ich habe jetzt hoffentlich nicht auf starten gedrückt sonst habe ich ein kleines problem aber es passt alles so und jetzt kopieren wir doch endlich mal unsere sachen damit hier das video nicht gar so lang wird es sollte eigentlich ein usb stick werden wie mache ich denn das jetzt ich kopiere das hier einfach mal auf unseren usb stick und fangen wir doch einfach mal mit dieser mit sequentiell das ist eine datei die können wir jetzt hier reinschreiben ich muss das mal schauen wenn ich das jetzt hier so hermache ist ein bisschen doof ich will dann möglichst schnell hier auf play drücken deswegen ziehe ich mir das jetzt hier rein und drück auf toll das hat ja super geklappt toll hat ja doch geklappt so löschen ja brauchen wir nicht zum aber hier so und play da hinten war das kopierfeld schon offen das war schon also ich kann jetzt gar nicht so schnell hin und her kopieren vielleicht mache ich das mal so klein das ist jetzt alles ein bisschen provisorisch hier bei mir ich lösche das noch mal das ist jetzt übrigens nicht irgendwie übertrieben oder so das ist wirklich so schnell also ihr seht schon wir können an unseren realistischen wert ich lösche das jetzt mal ich habe jetzt erst mal sowieso nicht jedes mal zurückgemacht aber ihr seht das geht ruck zuck ich mache das jetzt mal ohne stoppuhr wir kopieren das rein und wir können unser sequentielles blub 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 wir haben das wirklich hier hier steht 150 99 stand jetzt hier gerade bei windows ausgerechnet ist also relativ schnell wenn ich die gleiche datei menge jetzt mal hierher kopiere mit 250 megabyte dann sehen wir dass wir das mal berechnet und jetzt fängt das hier an seht ihr das und jetzt haben wir nämlich dieses problem dass wir auch bloß 250 megabyte ist genau das gleiche aber wir sind eben nicht mehr am sequentiellen schreibzyklus sondern wir müssen jetzt die datei lesen müssen die datei einspeichern dann werden neue sektoren belegt eine datei ist in meinem fall moment können wir mal schauen eine datei ist 4,2 kilobyte groß und hier sehen wir es gerade so schön obwohl ich nur 4,2 kilobyte belege also die datei selber 4306 bytes hat meine fest bei der aber mit 4096 bytes formatiert wurde bedeutet das ich habe 8 kilobyte belegt ich brauche zwei solche blöcke und damit 8192 bytes ich belege zwei solche blöcke obwohl ein block nur sagen wir mal zum viertelsten folgendes und das ist halt immer der nachteil dieser großen geschichte und genau das passiert jetzt hier auch ich belege jetzt auf dem usb stick viel mehr speicherplatz in anführungsstrichen ich kann also viel weniger daten speichern speicherplatz wird es in dem fall gleich viel belegt aber trotzdem ihr seht ja selber es braucht halt viel mehr wenn ich hier mal gucke was ich hier an übertragungsgeschwindigkeit habe ich habe usb 3.0 das ist auch usb 3.0 stick und usb 3 und dann zieht es ja alles am anschluss aber die übertragungsgeschwindigkeit ist ja ein witz ich brauche 19 minuten statt ja nebenbei mal was rüber kopieren das kann ich jetzt bestimmt noch nebenbei machen und da sehen wir wenn es als zweiten kopie wenn es überhaupt noch aufgeht ja das wurde jetzt gleich mit kopiert also es ist jetzt einfach rüber kopiert ach nein moment das war ja falscher falscher entschuldigung das war natürlich noch jetzt habe ich einfach noch den ordner reinkopiert das war natürlich nicht so clever so kopieren wir das mal hier rein und das ist das sequenzielle schreiben und selbst hier nach dieser wenn das nebenbei kopiert wird selbst hier können wir die 250 megabyte am stück wenn wir sequenziell schreiben viel schneller übertragen und das ist nämlich die übertragungsgeschwindigkeit mit dem hersteller auch immer werben das muss man eben wissen aus diesem grund ist diese geschwindigkeit die hier oben steht das ist ganz lieb gemein das ist ganz nett das ist auch eine schöne zahl aber in der realität werden wir das einfach nicht brauchen so jetzt wisst ihr auf jeden fall schon mal wie die ganzen speicherplatz berechnet wird ich breche das hier mal ab weil ich warte jetzt hier mit euch bestimmt keine zwei stunden fünf minuten weil um da jetzt irgendwelche grauen bilder zu übertragen also der usb-stick ist wasserfest das können wir auf jeden fall schon mal festhalten hat noch ganz leines bisschen tröpfchen gehabt da kam ich aber nicht ran wo ich ihn reingesteckt habe das heißt wasserfest ist er ja stoßfest nicht magnetisch und ja mit röntgen gerät kann ich nun weiß gott nicht zu hause messen also warum man auch immer das draufschreiben ist halt ein usb-stick er ist schnell man muss aber beachten wann man den usb-stick halt für diese geschwindigkeit auch nutzen kann ihr habt jetzt beide sachen mal gesehen ja ich denke mal das reicht jetzt auch zu einem test von dem usb-stick ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video bis dahin macht's gut